Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Aufreiß. Heute bin ich es nicht selbst, sondern heute macht die Akasha einen Let's Aufreiß. Ja. Wir haben, nein, oder ich habe ihr nämlich auch mal eine Überraschungsbox bestellt, weil sie auch mal etwas unboxen möchte. Und deswegen unboxen wir heute das Miss Sophies Überraschungspaket. Das freut mich total. Ich habe auch jetzt ganz frisch meine Nebel mit Miss Sophies super tollen Folien gemacht. Also das ist wirklich eine leichte Arbeit und sieht mega schick aus. Also es gibt ja verschiedene Folien. Ich habe auch schon die ein oder andere ausprobiert, aber halt nicht alle. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie ein Pize-Bum, was hier so drin ist. Also ich muss sagen, ich finde das echt schön, wenn man bei Miss Sophie bestellt. Es ist halt, erst mal kriegst du eine Karte, wo draufsteht, eine persönliche Widmung und viel Spaß mit den Folien und so. Also ich muss dazu auch sagen, ich habe auch schon einmal schlechte Erfahrungen mit einer Folie gemacht. Die habe ich dann von Miss Sophie bei DM gekauft. Habe dann auch direkt eine E-Mail geschrieben, nicht um zu kritisieren, sondern einfach nur, um zu sagen, dass die diesmal nicht so gut waren. Daraufhin haben die sofort reagiert und haben sich entschuldigt. Und ja, also ich kann das nur empfehlen für alle Mädels, die sich gerne die Nägel machen. Wir gucken jetzt mal da rein. Uh, das ist die Sommer Edition, die wohl jetzt auf der Messe ist die rausgekommen. Also ich habe das aufgrund meiner nicht so großen Freizeit nicht so extrem verfolgt. Aber ich weiß, dass das auf einer Messe war und dass der Stand von Miss Sophie da mega eingerannt wurde. Und das ist jetzt so eine Sonderedition, die halt dabei ist. Das ist voll toll. Weil das Glitzer ist nicht unbedingt meins, aber ich werde es mit Sicherheit so zum Frühling hin, werde ich das mit Sicherheit mal ausprobieren. Weil jetzt so ist jetzt nicht die Jahreszeit für Glitter, obwohl es eigentlich auch echt hübsch ist. Ist nicht immer eine Jahreszeit für Glitzer. Ja, aber rosa Glitzer ist, also rosa ist ja mehr für mich so eine Frühling-Sommerfarbe. Also wenn man die Nägel mit Miss Sophie Folien macht, ganz wichtig, braucht man diese total coole Pfeile. Die ist super, weil wenn man die Folien auf die Finger packt, dann stehen die natürlich überall. Man sieht ja auch, die sind länger als der Nagel. Ich meine, es ist immer klein, wer so lange Nägel hat, um Gottes Willen. Aber um die Reste halt dann sauber zu entfernen, machst du dann einfach mit der Pfeile vorne das ab. So wie ich den kleinen Fissel, der da noch dranhängt, weil meine Pfeile wollte vorhin, glaube ich, nicht so. Die ist einfach top. Die ist nicht, um die Nägel runter zu pfeilen. Die ist wirklich, um die Folie halt runter, also die Reste halt zu entfernen. Und zum Schluss macht so dann den Top-Coat drauf. Den gibt es in Glossy und in Matte. Ich habe beide. Also jetzt habe ich zwei Glossy und einen Matte. Ich habe heute das erste Mal den Glossy benutzt. Ich muss sagen, mir persönlich gefällt der Matte eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen besser. Aber das ist halt so eine Geschmackssache. Da muss jeder für sich selber entscheiden. Und ja, jetzt habe ich... Oha, meine Weihnachtsnägel sind gerettet. Ja, das finde ich ist natürlich eine schöne neutrale Farbe. Passt natürlich gut zu grau. Und ja, so in der Winterzeit trage ich halt auch ganz gerne mal grau und schwarz. Aber ja, Gold ist natürlich jetzt mein Favorite. Das werden meine Weihnachtsnägel definitiv. Die nächsten Nägel, die ihr von mir sehen werdet, werden auf jeden Fall in Gold sein. Das ist sicher. Und die wollte ich mir schon unbedingt mal kaufen. Aber da war ich dann nicht so sicher, weil das ist wieder mehr so Frühlings, Sommer, so Blumiges. Mag ich sehr, sehr gerne, auch in der Kleidung. Aber wie gesagt, ich bin halt so ein... Ja, es ist bei mir immer Jahreszeitenabhängig. Na toll, wenn ich die Schwarzen doch heute gehabt hätte, dann hätte ich mir zwischendrin mal einen Schwarzen Nagel gemacht. Finde ich echt mega schön. Also, und es ist wirklich total einfach anzubringen. Es steht auch immer hinten drauf. Also es ist sehr gut erklärt. Wichtig, ganz wichtig ist natürlich als erstes die Nägel reinigen. Ne, überschüssige Nagelhaut entfernen. Ich reinige meine Nägel mit Nagellack-Empferner. Das ist halt auch heutzutage natürlich etwas schonender. Wenn es gibt schon noch Leute, die das mit Aceton vielleicht machen, finde ich jetzt nicht so gut, weil das trocknet dann schon die Nagelbetten sehr aus. Dann hältst du einfach den Nagel dran. Ich kann ja mal ein Paket aufmachen. Dann, damit man mal so diese Strips sieht, wo die drauf sind. Die sind auch nochmal halt in Folie drin. Und hältst dann einfach so dein Nagel da dran. Und dann siehst du, okay, das passt. Wenn er nicht passt, die sind ganz einfach mit einer Schere auch zu bearbeiten, selbst wenn du die schon auf dem Nagel drauf hast. Also, das ist eine ganz tolle Sache. Und die halten halt. Die halten, ja, bis sie rauswachsen. Du kannst damit schwimmen, Hände waschen, spülen, alles. Auch baden, duschen natürlich. Ich habe bis jetzt noch nicht die, ja, bis auf die eine Folie halt, wo ich dann halt auch gesagt habe, so, hm, die war nicht so gut, war ich ein bisschen traurig, ne. Aber du kannst damit echt alles machen. Musst die einfach echt nur ein bisschen ziehen, ein bisschen andrücken. Es steht halt auf jedem Paket, was du an Folie bestellst, komplett drauf. Ne, und dann auch, wie du dann halt mit der Pfeile, die Rest du halt machst, ne. Senkrecht nach oben, unten abtragen. Und dann, ja. Also, ich bin davon wirklich begeistert. Ich kann das jedem empfehlen. Ich finde das Team von Miss Sophie mega gut. Und die versenden, also das ist so unfassbar, wie schnell die versenden. Die haben, ähm, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, die sind halt in Berlin. Und wenn ich mal wieder in Berlin bin, weiß ich ja nicht, werde ich da vielleicht mal gucken, ob es da einen Laden gibt. Ich hoffe, dann würde ich da nämlich auch mal reingehen und sagen so, hey, hi, ich liebe eure Folien. Ihr habt mir schon einige zugeschickt. Also, das ist eine ganz, ganz tolle Sache, wirklich. Und es ist halt auch wesentlich weniger nervend aufreifend als Nagellack. Also, ich bin ja so, ich habe ja dann auch schon mal so, ne, ne, dann musst du da in die Ecke und dann passt das da nicht. Und da sind die Folien wirklich perfekt. Also, ich kann das nur empfehlen für alle, die, ähm, da Interesse dran haben. Und wie gesagt, äh, ich habe eine ganze Zeit lang Gel-Nägel gehabt. Ich meine, Nägel sind jetzt auch sehr kurz. Die sind mir alle auch ein bisschen weggebrochen halt. Ähm, ja, die Folien und dieser Topcoat, die verstärken das halt auch nochmal so ein bisschen, ne, dass die nicht so brüchig werden. Und, ja, ich denke, bis Weihnachten habe ich die wieder im vollen Programm drin. Und dann werde ich die Goldenen definitiv ausprobieren, weil Gold ist so meine Weihnachtsfarbe. Definitiv. Ja, ich kann jetzt auch eigentlich nicht mehr so viel dazu erzählen, wenn ihr Fragen habt. Ähm, am besten, ähm, schreibt es in die Kommentare. Der Saipo sagt mir das auch. Dann antworte ich da auch drauf. Und, ähm, ansonsten fragt einfach selbst bei Miss Sophie. Die sind da super nett und die antworten auch super schnell. Ich kann es nur empfehlen. Macht was draus. Vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen hoch da für die Akasha. Die freut sich mega darüber. Die freut sich auch über ihr ganzes neues Spielzeug. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Und noch mal hier auf die persönliche Widmung zuzukommen. Also, es steht, es ist super schön. Hier steht, liebes Miss Sophie Girl. Die Feiertage stehen vor der Tür. Und egal ob Weihnachtsmarkt oder Silvesterparty mit unseren Nagelfolien, sind deine Fingerspitzen für jeden Anlass bestens ausgestattet. Also, das ist wirklich so. Kann ich nur so sagen, ne. Teile deinen Lieblings... Äh, äh, was? Teile deinen Lieblingslook, Entschuldigung, mit Miss Sophies und werde Teil der Community. Das mache ich natürlich sehr gerne, ne. Ähm, ich finde, das ist wirklich total lieb, weil es halt auch wirklich mit der Hand geschrieben ist. Also, da ist sehr viel Liebe steckt in diesem Unternehmen drin. Und das sollte belohnt werden, wer sich so viel Mühe gibt. Definitiv.